Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Hyvosela Andaluzia. Hyvosela Andaluzia heißt übersetzt andalusische Eier. Es ist aber eher eine ganze Mahlzeit mit Ei. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 250 Gramm Spargel, 300 Gramm Erbsen, 250 Gramm grüne Bohnen, 3 Esslöffel Olivenöl, 6 Artischockenböden, Dose, 2 eingelegte rote Pfefferschoten, Knoblauchzehe, kleine Dose Tomatenmark, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, 30 Gramm Margarine, 750 Gramm Kartoffeln, 125 Gramm Rohrschinken, glasgrüne Oliven, 8 Eier, Liter Wasser. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Sparschäler, Messer, Schneidebrett, große Pfanne, Knoblauchpresse, Auflaufform, Alufolie, Fettpfanne. Zubereitung Den Spargel waschen, trocknen, das Ende abschneiden und schälen. Die Erbsen aus den Schoten pulen und waschen. Wasser in einem Topf erhitzen. Die Erbsen und den Spargel darin 10 Minuten dünsten. Die Artischockenböden abtropfen lassen und vierteln. Die Pfefferschoten abtropfen lassen, trocknen, den Stielansatz abschneiden und in feine Streifen schneiden. Olivenöl in eine große Pfanne geben und erhitzen. Die Artischockenböden und die Pfefferschoten in der Pfanne anbraten. Den Knoblauch pellen und in die Pfanne pressen. Erbsen und Spargel dazu geben und 10 Minuten mitdünsten lassen. Alles in eine Auflaufform geben. Dazu kommt Tomatenmark. Mit Salz und Pfeffer würzen und verrühren. Die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. Margarine in einer Pfanne erhitzen und die Kartoffeln schon braun braten. Die Kartoffeln auf den Auflauf geben. Den Schinken würfeln und auf den Auflauf geben. Die Oliven gut abtropfen lassen, längs halbieren und auf den Auflauf geben. Die Eier ebenfalls auf den Auflauf geben. Alufolie über die Auflaufform geben und so verschließen. Liter Wasser in die Fettpfanne des Backofens geben. Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Den Auflauf in den Ofen geben und 10 Minuten backen. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Weißbrot, Baguette oder Ciabatta. Diese Varianten gibt es. Punkt, Punkt, Punkt. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Beilagen und Videos im Auftrag des Zubere lotus! Weiter über die Zubereitung.